Hallo allerseits! In diesem Video wird beschrieben, wie Laufwerk C mit Laufwerk D gestiegen werden kann. Es gibt zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Der erste Weg Ohne die Verwendung von Programmen von Drittanbietern ausschließlich Standardmittel des Windows-Betriebssystems. Der Nachteil dieser Methode ist, dass sie nur dank von Nutzen ist, wenn sich keine wichtigen Dateien auf der Festplatte-Debt befinden und sie sie loschen können. Also, fangen wir an. Wir klicken mit der rechten Maustaste auf das Menü Start und wählen aus der angezeigten Liste Datenträgerverwaltung aus. Vor uns liegt die Gliederung der Sektionen. Hier ist Laufwerk C, hier Laufwerk D, das angeblich keine wichtigen Daten enthält. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und wählen Sie den Menüpunkt Volume Lotion. Klicken Sie auf OK. Infolgedessen wird ein nicht so geordneter Bereich auf der Festplatte angezeigt. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf Laufwerk C und wählen Sie Lautstärke erweitern. Der Volume Expansion Wizard wurde geöffnet. Klicken Sie auf Weiter. Hier fügen wir etwas Platz aus einem nicht zu gewissen Raum hinzu. Zum Beispiel fügen Sie etwa 5 GB. Klicken Sie auf Weiter und Fertig stellen. Laufwerk C wurde also erweitert. Klicken Sie hier mit der rechten Maustaste, um die Festplatte D wiederherzustellen. Und wählen Sie Create a Simple Volume. Einfaches Volumen erstellen. Weisen Sie einen Laufwerk-Buchstaben zu. D weiter. Formatieren in NTFS. Fertig. Infolgedessen wurde Laufwerk C gestiegen und Laufwerk D gesenkt. Der zweite Weg. Wegen Sie noch wichtige Daten auf Laufwerk D haben aber einen Teil des freien Speicherplatzes dieses Laufwerks verwenden müssen, um Laufwerk C zu vergrößern. Hier kann das Standardmittel des Betriebssystems leider nicht reichen. Wir brauchen zusätzliche Software. Zum Beispiel AOME Partition Assistance Standard. Wir gehen auf die offizielle Webseite des Programms und laden es herunter. Das habe ich schon mal gemacht. Damit sollten Sie keine Schwierigkeiten haben. Führen Sie das Programm aus. Hier sehen wir auch unsere beiden Abschnitte, aber im Gegensatz zu Windows-Datenträger verwalten, können wir in diesem Programm die Größe von Laufwerk C aufgrund von Laufwerk D erhöhen, ohne Daten auf Laufwerk D zu verlieren. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf Laufwerk D und wählen Sie, um die Partitionsgröße zu ändern. Wir geben hier die benötigte Anzahl von Gigabyte an, die wir anschließend an Laufwerk C an hingehen möchten. Klicken Sie auf OK. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf Laufwerk C und wählen Sie Partitionsgröße ändern. Hier füllen wir mit Hilfe dieses Schieberegels den gesamten freien Speicherplatz vollständig aus oder geben die Anzahl der benötigten Gigabyte in das Eingabeformular ein. Klicken Sie auf OK. Klicken Sie nun auf Übernehmen. Klicken Sie mit dem folgenden Fenster auf Los und dann auf die Schaltfläche Ja. Klicken Sie mit demraits Fertig, alles ist gut gelaufen. Wir prüfen Datenträger Zerwu, der tatsächlich vergrößert und Datenträger dev verkleinert. Und wir haben keine Daten drauf verloren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Alles Gute, Tschüss.